Ich will mein Quartier Ich will mein Quartier Ich will mein Quartier Ego-Schweine haben hier nichts verloren Das war eine 2 Fabi, bist du das auf dem Dach? Bist du voll ab? Ja, ich mach uns einen Turm Wenn die Außerirdischen mich suchen, müssen die mich erfinden Das ist mein Logo, weißt du? Mach meinem Logo nach, ich mach die Homo-Arme Aber echt krass, was hier erst zustande gekommen ist Jungs, nochmal danke, man Hammergeil, die Sausen Ich bin fasziniert Jetzt check ich mein Boot ab So Ich bin am Stadion Sag schon, wo bist du? Bleibst du noch? Warte, ich suche, ich suche Ich suche Geld Ich suche Geld Das ist deine Aufgabe, man Such dir eine eigene Beschäftigung Ah, da Das kann ich glauben Hey, was hast du gefunden? Nein, nein, nichts Hey, 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 warte, erzähl mal Wie sieht das aus? Ich hab Papier gefunden, was kann ich mit Papier machen? Oh, hoffentlich hat das niemand gesehen Hey, wow, 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 warte Was hast du gemacht? Ja, nix, ich hab ein bisschen was Dummes gemacht, aber ist egal Wie kann man eigentlich zoomen? Zoomen? Haha, Snipern meinst du, oder? Ja, Mann Man kann auch irgendwie zoomen, aber ich weiß es jetzt leider nicht Mit welcher Tastatur Ich hab das nicht gemacht Dieses S, siehst du? Die Leute werden uns finden Wir sind verschollen, wir sind verloren Mein Mädchen suchen, die wissen schon, wer ich bin Sascha, komm mit Wo ist Fabi? Habt ihr die Boote geholt? Nimm dir ein Boot, komm rein Sascha, komm Geh rein, die oberste Kiste Ah, 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 ah So, ah, ah Zu breit oder zu breit Zu viel trainiert Hier die oberste Kiste Rechtsklicken auf die oberste Kiste Und da siehst du mein Boot Sieht aus wie ein Boot Sieht aus wie, keine Ahnung, da wir in unserer Kindheit gebadet wurden Und verschwinden einfach Wir schwimmen jetzt in die große weite Welt Aber wo ist Fabi? Ich bin schon, ich hab getreide Jungs Boah, das ist gleich viel bei Jungs und Nägel oder was? Ich hab's angebaut Warte, wie sieht das aus? Ich hab's angebaut Ja, warte, ich sag's dir Drum, 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 drum Sascha, komm runter Sascha, komm runter Sascha, maschka Wo ist es das hier? Das ist nicht das gleiche Man kann nur mit Schiffen rüberlaufen Ja Ihr dürft es aber nicht zu früh ernten, sonst ist es kaputt Hey, kann man das rüberlaufen? Fabi, kann man das rüberlaufen? Hey, du bist so dumm Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung Ich wusste ja nicht, ich bin neulich Jetzt kommt schon, Mann, nee, das piss dich dich an Was hast du dir gemacht? Ich hab' nichts kaputt gemacht Ich hab' nichts kaputt gemacht, ich hab's geraucht Da ist Feuer So sieht die drei aus So sieht die drei aus So sieht die drei aus? So sieht die drei aus, gut Okay, alles klar Und wie machst du das? Samen Samen Ich hab' Samen dabei Und wie ich sage Das ist ein freieres Ich hab' also Entschuldigung, das habe ich nicht Ich hab' doch dann paar Dinger gemacht Hast du noch Samen? nun ich habe noch nicht ganz gut in einer anderen Schleifern nein nein die wollen die Reise gehalten auf das ist das Leben und rechtsklick ja ich bin dabei das war so einfach aber ich wollte mal ich wollte wissen wie das kriegen das ist der Moment wie man dieses Werkzeug macht 1.5 bei der Mitte 1 ich liebe die Woche die Schaufel aber noch oben links ein so wie die Spitze. Ach so, okay, nach links nur. Ja, genau. Irgendwie macht mich jetzt gerade voll glücklich in diesem Moment. Ja, das ist voll schön, oder? Ja, ihr arbeitet und nicht steht unterm Baum. Ja, so hast du das gerne, oder? Wo steht er denn? Na versteckt sich im Tor, bestimmt aber das Licht ist. Naja, nun hat Angst. Okay, kann ich hier eine Werkzeugbank machen? Ja, bist du zufrieden mit dem Ersatz? Schau was, du so ein fairer Umtausch. Okay, ich weiß es hier. Ich flippe die Augenbrauen, sei denn da auch nicht. Die Werkzeugbank, man kann nicht hier auch Werkzeug machen. Ah ja. Aber doch nicht so hässlich, man. Ah, das ist nur so, provisorisch, man. Alles provisorisch. Und mit welchen, mit Steinkamers machen, oder? Hey, lass uns zu tiefgründige Sachen nicht drehen, das ist so romantisch. Hey, hör auf, man. Mach gleich zwei. Hey, jetzt lass mich auch nicht schlagen. Oh, jetzt hab ich das auch. Nein, 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 nein. Boah, wie geil. Fabi, das muss direkt am Wasser sein, oder? Ungefähr. Ungefähr. So, zwei Fälle da weiter auch, oder? Oh, wir können gleich rauchen. Guck mal, du siehst es doch. Da ist, da ist dunkel, und da ist jetzt nicht so dunkel. Du siehst es ja, und das muss dunkel sein, sonst... Ähm, wächst es nicht. Ist es dann nicht gut, das Helle? Das ist nicht gut, nein. Oh, Mann. Aber es regnet es, vielleicht funktioniert das. Ja, vielleicht. Das wird das alles real sein. Aber können wir nicht was Schöneres machen? Doch. Das wird schöner und schöner, und das entwickelt sich in die Breite. Wird einzigartig sein. Oh, ich drehe, du. Was du lagerst. Ich drehe, du. Was du lagerst. Was du lagerst. Hey, Mann. Was ist los, Vidi? Ich weiß nicht, ich hab's nicht raus. Ich weiß nicht, ich hab's nicht raus. Schau noch um, wie schön das ist. Schau noch um. Boah. Ja, du bist so begeistert. Der Kopf knickt so. Wie kann man dir was helfen? Ich mach hier ein bisschen Wasser rein. Diese Welt ist zu verlieben. Es wird immer noch ein schönere Greife geben. Fall. Und wenn ich ein Loch mach unter der Erde? Dann bist du unter der Erde. Was ich würde gerne so ein kleines Beet anpflanzen, weisch? Aber warum schwinden die nicht? Ich dachte, wir gehen das. Ja, dann mach doch, genau. Lass uns hier wachsen. Und wenn es jemand klaut. Sascha, komm. Einfach das Boot mit Rätstik reinschmeißen. Und dann reinjumpen. Warte, warte. Ey, 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 mein Boot ist weg. Ey, Jungs, was soll ich machen? Oh. Ich bin zu dumm, da reinzuspringen. Ja, mit Rätstik, Bruder. Jetzt ist es weg. Ja, da hinten ist es. Es ist in den Sand rein. Ja, jetzt ist es draußen. Okay, jetzt, du mal. Blatt und Tablet mal. G-Union. Wohin? Ja, geh mal gerade aus. Okay, fast. Ey, 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 ey. Was lasst mit euch? Arrrr, 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 das ist halt euer Abenteuer. Arrrr. Boah, da ist. Ich habe ein Monster gesehen gerade. Wo? Nein? Oh nein, Jungs. Was ist passiert? Was? Wir kommen da nicht durch, oder? Mein Boot ist kaputt gegangen. Ich trabe. Ich schon. Mein Boot ist kaputt gegangen. Ich bin traurig. Wie soll ich ein neues... Hier, hier, Sascha. Bei mir ist eins. Danke, Fabi. Das ist meins, Mann. Bitte schön, Sascha. Hab ich gern gemacht. Und Fabi hat für mich ein Motto gemacht. Ey, warum bist du das schnell? Weil es meins ist, Mann. Achso, Fabi, kannst du mir schnell ein anderes machen? Wenn jemand, äh, Dinger dabei, Craftingbox? Nein. Aber ich kann doch eigentlich nicht hinterherlaufen. Ich will auch dieses Aboteu ein bisschen. Geh da Hause, Bruder. Warte, ich kann nicht was. Ich kann's machen, warte. Warte, hier geht's nicht mehr weiter. Ja, deswegen ist es für den Arsch. Ja, das Aboteu. Wir müssen weitergehen. Wir sind ja schlau, wir sind ja schlau. Nehmen wir einfach ein paar Pilze mit. Pilze sind immer gut. Boah, sind ganz viele Pilze da. Ne, hör mal auf. Auf jeden Fall braucht jeder von uns sein eigenes Zimmer. Ich möchte meine Sachen selbst bei mir verstellen. Aber warum hast du's kaputt, wenn ich grad anlocken wollte? Achso, wie macht man das? Mit Getreide. Hey, Bruder, am eh. Hey, wo seid ihr? Muss man den Typen ins Gesicht gucken? Was ist das? Ich hab ein blaues Hinten gefunden. Blau? Ja. Weil mir das geht nicht, nun. Das ist blau. Bo, 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 bo. Und ich bin so ganz schnell. Oh, ich hab' Geld. Ich glaube, das war Geld oder jetzt? Das ist nicht wie bei Mario. Ingenieur das fand. Was? Im Schaf. Ja, ja. Ja. Wo ist Mainz? Mainz folgt mir nicht. Nicht mal bei Twitter gar nicht. Ich hab' hier was entdeckt. Mit Rechtsklick oder, Falk? Ja, ich hab' ihn einfach halten. Wo ist er denn? Sascha? Scheiße, ich hab' mich verlaufen. So passiert, was war denn scheiße? Oh fuck, ich hab' das gar nichts gefunden, aber das müsst ihr auch finden. Warte, warte, ich bin zurück. Ich hab' ich hab' ich bin durch gleich. Was? Das heißt, einfach halten, was funktioniert. Nicht einfach in der Hand halten. Ja, ich hab' das die ganze Zeit da. Getreide, oder? Du hast zusammengebracht, oder? Komm mal her. Ich hab' gar kein Getreide, meinst du so dumm, ich hab' Samen in der Hand. Nein, nein. Wir schaffen. Ja. Nö. Warte, bitte. Jungs, 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 kommt ja, ich hab' das entdeckt. Aber danke. Jungs, 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 Jungs. Wo seid ihr, Jungs? Jungs? Wo seid ihr, Jungs? 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 Ich hab' das entdeckt. Komm her. Aber wo bist du denn? Da. Wo wir... Hey, sonst geh' ich jetzt alleine entdecken. Ja, dann bleib doch mal stehen. Ich bin hier, auf diesen weißen Stein, wo Kaktus wachsen und so ein Zeug. Da, wo wir stehen geblieben sind. Dima, wo bist du? Ja. Ich hab' das. Ich hab' das. Kann ich eine Bombe platzeln lassen und ein Rauchmelder schmeißen. Was weiß ich, was gibt's hier? Granatenblitzgranaten. Warte, was? Na, wo seid ihr eigentlich? Jungs, wo seid ihr denn? Warte, gleich, sieht mich. Ah, ich hab' ihn. Siehst du mich? Ja. Komm zu mir, ich bin hier ganz oben. Ja, was entdeckt. Ich seh' gar nichts. Komm, 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 komm. Ah, ich mach' was, ich mach' was anderes. Scheinbar. Ich seh' nicht. Nein, ich seh' nicht. Komm her. Warte, komm her. Warte, komm her. Warte, komm her. Warte, warte. Das soll aufbringen. Warte, ich hab' nicht dabei. Super. Ich hab' gerade was gesehen, Jungs. Wir haben eisen, wir haben Kohle. Und ich hab' ein Monster gesehen, oder mich schickt das voll die ganze Zeit. Wurde das von jemandem gebaut, oder? Nee, nee. Das ist so. Krasserschönen. Okay, ich mach' mich nützlich, und bau'n bisschen weiter. Warte, guck mal hier unten. Das sind da unten. Warte kurz. So. Oh. Oh, jetzt ist es mal wichtig. Ach du Scheiße. Was ist? Was für ne geile Aussicht, Allah. Oh man, ich will auch. Ach du Scheiße. Ist egal. Was ist das? Ach du Scheiße, ist das geil. Oh man, du machst mich neidisch. Komm mit, warte Gott. Ja, wir müssen hier hinholen. Sonst ist uns weiter wieder. Ich würd' das auch sehen. Ich würd' das auch sehen. Ich würd' das auch sehen. Aber. Aber. Da gibt's bestimmt Mädchen. Ganz viele bestimmt. Wundert Stück. So quadratisch schon. Aber das ist nicht gesund. Aber. Oh, sieht das geil aus, Mann. Wir haben so eine geile Welt am Start. Ja, Mann. Wo ist der kleine Mann? Hey, ich mach was sinnvolles Mann. Ich baue Holz ab. Ja, wo bist du? Ich bin in diesem ganz großen Wald. Das sind viele Bäume. Guck mal. Kannst du in die Richtung von unserer Hütte schauen? Warte. Nee, ich seh' nichts. Warte, ich geh' ganz trof. Ich bin das schon. Lauf nach Hause. Lauf nach Hause. Nein, komm zu uns. Wir haben was entdeckt, Mann. Hörst du nicht? Ohne Witz. Übe geil aus. Okay, versuche das. Warte, ich bin jetzt ganz trof'n. Ja, ich seh' ich. Bis jetzt seh' ich nichts. Warte. Sascha, du darfst auf keinen Fall runterspringen. Sonst bist du tot. Ey, Fabi, hast du mitbekommen? Im neuen... Boah, scheiße, das soll, Mann. Ey, ich hab Angst, Fabi. Wir kommen nicht runter. Was hast du gesagt, Dima? Es gibt so richtig feite Bäume jetzt. Oh, fack. Oh, fack, 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 fack. Ey, ich hab Angst, wir kommen nicht wieder runter. Okay, ich darf nicht runterfallen. Okay, jetzt seh' ich den Turm. Ja, genau. Siehst du mich, Dima? Dima? Ja, seh' ich. Dann komm mal zu dem hin. Wo ist der Stinker? Ich seh' Fabi. Ah, da! Okay, jetzt muss ich runterkommen. Ich muss aufpassen auf mich. Wenn du bretterst, bist du tot. Ja, Mann. Du musst aufpassen. Was ist jetzt hier? Ich helf' dir ein bisschen. Nimm auch ein bisschen Kaktus mit. Ey, nein, du willst, dass ich sterbe, oder? Nein. Aber das ist schon gefährlich. Hahaha. Komm, ich geb dir ein bisschen Sand. Ah! Komm, jetzt. Ich hab dich gerettet. Okay, komm, Dima, 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 das musst du sehen. Äh, wo? So aufhängend wie kein... Wo, 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 wo. Hier in diesem Loch, oder was? Nein, oder? Boah! Nein, 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 komm! Eisen! Nein, komm! So ein gilliger Bonzo. Hey, ey, lass mich zuerst laufen, Mann. Ja, lauf du zuerst, ich hab' schon gesehen. Wenn ich versehe, will ich das abchecken. Komm, Jesus. Was ist da? Ach du Scheiße, was ist da? Ja, ach du Scheiße. Ich hab' Licht, wenn du das meinst. Hm, wir müssen da runterkommen, Jungs. Oh, aber wie? Mhm. Man sieht doch gar nichts, Mann. Ja, aber ein bisschen, und das bisschen sieht schon übel geil aus. Okay, guck mal, man kann... Ey, wir können hier was Großes bauen, versteht ihr? Es kann unser Raum sein, Fußballstadion, wo keiner Fußball spielt. Wir können hier ein UFO verstecken. Genau, genau, wie bei der Pyramide, einfach unten verstecken und keinen ranlassen. Aber, und niemand sagen, dass da unten was ist. Nicht, dass wir Bescheid wissen. Ich bin schon unten. Ja, bitte gehen dich. Du sonst mal ein Mama. Ey, da ist ein God. Komm, merch. Wingell Warum. Was machst du da? O, Mann. Ey, Vater brasile, Vater. Mr.awat, Vater. Ja, mein